das war jetzt die Pause das ist irgendwie, hatte ich gesagt, weil er will das dann irgendwie so zusammenschneiden in so einen hochmodernen digitalen Videosnet-Bearbeitungsprogramm, hat er gesagt ja, und ich fall hier permanent runter diese scheiß Spiele hier, Mensch, das darf ja wohl nicht wahr sein, so ja, wie gesagt, er hatte irgendwie gesagt, er muss das schneiden in so einen topmodernen Videosnet-Programm, ja und deshalb muss ich irgendwie alle 15 Minuten mal eine Pause machen mit meinen kommentatorischen Fähigkeiten ich mein, die werden euch sicher fehlen, ja, weil ich, ich glaube, ja, ich hab das richtig drauf, ja, sie kommentieren ich mein, ich hab damals, ja, hab ich schon dann und wann mal so ein paar Sachen kommentiert da gab's zum Beispiel bei uns in der Kneipe, ja, da gab's einen kleinen Trinkwettbewerb und meinen besten Freunden, nee, also meinen, bei den Kumpanen ach, guck, das haben wir Kong gesammelt ja, und diesen Trinkwettbewerb, den hab ich damals auch kommentiert das, das hat richtig gut funktioniert, ja nun gut, ach ja, jetzt hab ich eins vergessen ähm, das hatte mir der liebe Cloud auch gesagt ich mein, ich sag immer liebe Cloud, weil, haha, er ist um einiges jünger als ich und er war immer irgendwie mein, mein viel kleinerer Bruder, ja und kleine Brüder oder generell kleine Geschwister die sind ja immer irgendwie lieb, ne, und niedlich und so deshalb sag ich immer der liebe Cloud, ne also denkt euch nicht, ich bin hier irgendwie schwul oder so, ne, 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 ne bin ich nicht, ich mein, ähm, meine Mutter hat mir gelernt man soll nix gegen Schwule haben also darf ich jetzt auch nicht sagen, dass ich was gegen Schwule habe, ne also wirklich, ne, ich, ich darf ja nix sagen, aber gut also der hat ja, was ich eigentlich sagen wollte der hat mir irgendwie gesagt, okay was war's das? Kau dir auch ja, Level geschafft also der hat mir irgendwie gesagt, ich soll ja auch das Spiel etwas kommentieren ich denke, ab dem nächsten Level werde ich das jetzt so irgendwie ein bisschen versuchen, ne ja, also das Level haben wir geschafft gucken wir mal darüber was passiert hier oh, hier ist auch noch ein Level aber das ist dann irgendwie aus okay ach ne, schon wieder so eine Fliegenkacke da wo ich fliege obwohl das ist ein Haifisch ja, der Haifisch, der ist ja normalerweise unter Wasser, oder? oder wie läuft denn das, Leute? also da gibt's ja auch so einen Comments-Bereich, ne könnt ihr vielleicht mal kurz sagen, wo Haifische normal sind? ich glaub, die sind nicht in der Luft also das bedeutet dass das irgendwie ein Unterwasser-Level sein muss, oder sowas ich mein, ich hab's ich hab's noch nicht kapiert ist es jetzt oh mein Gott, was passiert? nein, nein, ja das hätte jetzt eigentlich nicht funktionieren dürfen aber es hat ja irgendwie funktioniert, ne ja, also das Level wird jetzt vermutlich so ein Unterwasser-Level sein ja, und das ist dann wohl ja klar ja, ich mein, das hatte ich ja vorhin auch schon kopiert dass das irgendwie Clown-Fing klar oh mein Gott, ich ich merke grad, ich hab nur noch drei Leben ich muss mich hier etwas zusammenreißen ne, passiert nicht geht, okay oh, und schon wieder so ein Haifisch ja, ich muss mich hier etwas zusammenreißen denn wie gesagt ich glaub, es ist vorbei, wenn man hier keine Herzen mehr hat ich schwimm hier schnell durch ja, das geht sich aus perfekt hier runter und gut wird schon schief gehen, ne jo und hier guck ich auch runter solche Spalten ja, da ist das oh mittlerweile wissen wir ja auch dass das Kong bedeutet was das auch immer sein soll ist das jetzt die Kurzform von Combo äh, ne Combo äh, 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 ich meinte natürlich Kongo nicht Combo Combo ist ja was anderes Combo ist das, wenn du DVD kaufst und gratis VHS dazu bekommst ja das ist Combo na ja nun, ja ja, ja, ja ich mein weiß ich jetzt auch nicht oh, n jo also wir haben das Kong bald beisammen für was das auch immer gut ist ich hab keine Ahnung aber gut ich bin halt der Alfred Schwakowski ich muss das auch nicht wissen und ich hab ein Leben erhalten ach wie toll ist denn das bitte so, kann man da durchschwimmen ohne Probleme und noch so ne komische Bombe okay und Rinder und wir haben das Kong wieder gesammelt was das auch immer zu bedeuten hat ich hab keinen blassen Schimmer jo Jut, gucken wir mal weiter also jetzt gibt's eigentlich ja, jetzt gibt's nur noch diesen einen Weg da nach unten ah, na, ist klar mit der Bombe kann ich diesen Stein springen okay alter, was ist denn hier los schon wieder so ein Unterwasser-Level nee also die sind echt doof ich will diese Level eigentlich gar nicht spielen dieser doofe Haifisch hier aber hier gibt's wieder Münzen ja, zwei Münzen ich weiß immer noch nicht was die eigentlich zu bedeuten haben hat mir die Cloud 23 nicht gesagt oh mein Gott, was ist denn das oh mein Gott nee, das Ding verfolgt mich ich muss hier schnell abhauen sonst kriegt es mich und dann sterbe ich wahrscheinlich und ich habe ja nur noch vier Leben oh, nee, nach unten auch nee das ist mir ja, oh mein Gott, ein dicker Fisch und kleine Fische also Fische wisst ihr, ich mag Fische nicht ich mag Fische Wendern nur am Grill mit einer richtig guten Bier-Dose dazu, ne also so richtig richtig toll im Blech verpackt, ne ja nennt man hier auch Blechforelle, ne fast das der eine oder andere noch nie gehört hat Blechforelle das halt, weil ein Bier tut man hier ins Wasser rein um es zu kühlen und kann man sich dann wenn man eine Angel hat ja kann man sich diese Dosen auch wieder rausfischen, ne habt ihr vielleicht schon mal gehört deshalb Blechforelle fahrt sie, das ist ja jetzt wisst ihr das auch also jetzt habe ich, glaube ich ja klar du doofe Muschel oder was du auch immer bist alter, lass den Scheiß sie geht da auf und zu und will den armen Affen irgendwie einsacken was soll dat der Affe, der ist doch hier nur zu Besuch Affen können doch normalerweise nicht schwimmen was ist denn das überhaupt für ein unrealistisches Spiel man ja klar und dieses Teil wird schnell ne hab ich ne ich hab's nicht abgehängt ich dachte mir schon boah schneller, schneller, schneller runter da ja so jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren na klar du doofe Fisch Mensch alter ey immer wenn ich mich konzentrieren muss ja klar nee alter so ne Scheiße auch hier Mensch 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 verdammt ach ja jetzt fällt's mir wieder ein der die Cloud hat ja gesagt ich soll hier etwas leise und mit Bedacht kommentieren ja das kann ich euch gleich sagen das geht bei mir nicht denn wenn mich irgendwer das ärgert dann kommen da die Emotionen raus bei mir ne und wenn da Emotionen rauskommen dann werde ich da laut ja und das kann ich gar nicht kontrollieren das ist einfach so ne ich mein vielleicht kennt das der eine oder andere da kommen einfach mal die Emotionen raus und dann geht das nicht anders dann muss man einfach schreien das muss raus ne kennt das sicher ja klar und schon wieder sag mal das Spiel willst du dass ich hier nur herumschreie oder wie alter so ne Kacke auch hier und dieses doofe Teil hier hinten verfolgt mich irgendwie was soll ich ja klar und Haifisch auch noch und weiter da es kommt sicher ja das ist ein speicher punkt ja komm doof ist ding na komm ich kann das ablenken wie doof ist denn das bitte komm ne nicht da rein ja so hier ist das öde was ist denn da los alter hey ey ja ich muss mich ich muss mich ich hab das oh schon wieder vergessen ach nee scheiße ja gucken wir mal weiter ok hier sind Bananen oh und der Haifisch natürlich wieder direkt frontal in mich reingerast ich mein wenn dat jemand im Straßenverkehr mit mir machen würd ja da würd ich aussteigen dann würd ich solch eine betonieren keine betonieren das ist wenn ich jemanden so aus von einer Runde hau dass der nicht mehr weiß aber Mann oder Frau ist ja das würde ich machen obwohl jetzt erinnere ich mich der Cloud hat ja auch gesagt ich darf nicht so viel fluchen sonst passiert noch dass irgendwie das Video gesperrt wird oder so naja mal sehen was passiert so jetzt machen wir mal wieder kurze Pause glaube ich wäre jetzt angebracht also jetzt dann ja jo dann machen wir weiter falls das ist irgendwie das ist jetzt glaube ich neues Video und so falls ich jetzt die eine oder andere wundert mein Name ist Alfred Schwarkowski ja und ich spiele hier ein Spiel weil der liebe die Cloud 23 der hat keine Lust will aber irgendwie die Videos machen ne und ich weiß ein alter Kumpel aus ein alter Busenfreund ne ich habe gesagt ja klar mache ich das für dich ne und deshalb spiele ich ja jetzt das Spiel ja und wie ihr seht ich meine das ist eine Biene ja also und ich bin Affe also Affe und Biene ich weiß nicht ob das im echten Leben auszüssen ich prinzipiell ich vertraue mich ja mit allen Bienen ja vor allem so zweibeinige Bienen ne mit denen vertrage ich mich richtig gut ja ja total ne ja klar was war das jetzt bitte also das Spiel das ist richtig gemeint und jetzt habe ich noch zwei Leben das könnte richtig schlimm könnte das enden für mich ja das war jetzt auch knapp so und hier glaube ich gucke ich mal wieder dass ich hier alle Buchstaben zusammen bekomme ja da darf ich jetzt nicht reinfallen sonst ja komm ja dann fehlt noch das Geh was war das hey das ja ist eh klar das war ein Geheimnis mönst ach wie schön und rauf da ja nein jetzt habe ich ne verdammte Kacke da muss ich nochmal hin kann ich da nochmal hin Leute ne kann ich nicht ach ne das ist ja jetzt doof so langsam ach hier ist das Geh ja das ist gut jetzt habe ich alle Buchstaben es müsste ja hier ist das Level Exit und jo wir haben's denn ich glaube ich habe es mittlerweile rausgefunden wofür diese Buchstaben sind denn wenn ich die alle sammle dann kann ich hier irgendwie am Levelende speichern ja und speichern ist wichtig denn ich habe ja fast keine Leben mehr und deshalb ist speichern oh mein Gott was ist hier los oh mein Gott was ist nein was ist das oh mein Gott das ist ja das ist ne Muschel oh nee hauptsache die Muschel die schießt mich wieder direkt ab na komm her du dufe Muschel was passiert hier aaaah einfach ok ich muss immer gucken dass die Muschel immer auf diesen seltsamen Stein hier siehst na komm Muschel schieß auf diesen seltsamen Stein weil der Bounce das dann so zurück nämlich so richtig Bounce im Rhythmus ne komm siehst hier her ja Bounce zurück ja so gefällt mir das richtig gut ne ja das ist ja einfach also wenn man den Bogen raus hat dann geht das relativ einfach ja so und wie oft muss ich denn diesen doofen Gegner ach das war jetzt ja puh das war jetzt ja richtig knabbelig war das jetzt Alter wie oft denn noch ich hab keine Lust mehr du doofes Teil du jetzt siehst schon endlich ja jetzt sei endlich tot Alter was sollten die Scheiße ich mag nicht mehr dann bist du nur endlich tot hallo wieso brauchst du denn zu lange ja und rauf und so stirb endlich ne das da ist richtig gemein ich hätte das Teil fast geschafft ne also was soll denn das das war ja zu richtig ne Gemeinheit war das hier ne das darf doch wohl nicht sein also das ist echt ne das ist ich sag mal das ist zum Kotzen das ist richtig zum Kotzen ist das wieso das ist nicht getroffen Alter ey komm schon rauf hier ja ja nie ist klar komm her du doofes Teil du oder und siehst ja siehst und jo treffer so was ist los komm siehst einmal denn das darf ich sonst nicht und rüber da siehst jo sehr schön na wird etwas manchmal braucht sie so lange auch die will mich da nur nerven damit ach wie oft muss man dieses doofe Teil denn treffen bitte kann ja wohl nicht wahr sein ja hier jo so bist du jetzt endlich da mal kaputt Mensch komm schon das kann ja nicht sein ich meine ich muss dich hier zehn Millionen mal treffen wenn du mich einmal triffst dann ist aus mit mir dann gucke ich mir ja endlich hier schafft aber was ich sagen wollte ich meine wenn ich einmal getroffen werde dann gucke ich mir die Radieschen von unten und der teil hier dort kann ich irgendwie da kann ich drauf ballen wie ich will für sie ist der und ja nee das ist nicht okay das ist echt nicht okay Spiel das gefällt mir so ja gar nicht ne nun ja nun ja nun ja ich sag mal so spielen wir mal weiter oder lassen wir es für heute ich glaube ich lass mal für heute ich habe es genug gespielt ich habe ein bisschen was geschafft das ist gut und ja nächstes mal wird der liebe die Cloud wieder da sein tschüssi euer Alfred Schwarkowski